Achso, ne, so eine trage ich schon. Dann können wir die doch wieder wegwerfen. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Gesamtlautstärke hochgestellt und ich hoffe, dass das dann dazu beiträgt. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Äh, dass das dazu beiträgt, dass auch die Stimmen lauter werden. So, jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Und zwar, Ring der Geringenzerstörung, den will ich auf jeden Fall anlegen. Und die Zwergenstiefel, das heißt die Stahlstutenstiefel, kann ich dann wegwerfen. So, ja, ich bin ein ganz klein wenig vergiftet, aber es ist schon wieder vorbei. Uh, ich habe ein Wort der Macht gefunden. Kien, Kien ist Frieden. Ist ja cool. Ne, halt, Magie, Schreie. Achso, da brauche ich, ach, da brauche ich jetzt wieder so eine Drachenseele. Na gut, aber wir haben noch einen Schrei gefunden, das finde ich schon mal sehr nice. Ähm, ja, ich wusste, dass es hier einen Geheimgang gibt. So. Erstmal gucken, wie wir da wieder rauskommen. Oder wo wir da rauskommen. Waren wir hier schon? Ich glaube, wir waren hier schon. Achso, ja, das ist da, wo unsere neue Gefährte gestorben ist. Naja. Was will man machen, wa? Au! Okay, das war die falsche Richtung. Ähm, den wieder. Nein, 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 nein. Den wieder runter. Runter. Und dich hoch. Nein. Das war der Gip-Pfeil-Schalter. Ähm. Hallo? Ah. So. Gut. Dann haben wir das doch soweit ähm, zum guten Ende gebracht. Und können jetzt nach der nächsten ähm ja, da, wo wir eigentlich ursprünglich hinwollten, ne? Und es da wieder auf den Weg machen. Zwar ohne Gefährtin diesmal. Aber okay. Ähm. Lass mal gucken. Äh, genau. Das will ich. Wo ist denn das? Oh, dämliche. Windhelm. Alles ist auch nicht so weit weg. Aber jetzt sind wir schon auf dem Weg. Und deswegen... Ähm, wo ist jetzt das da? Das? Genau. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg. Dorthin. Und wollen mal gucken, was uns da erwartet. Ne? Wenn wir den Weg dorthin jemals finden. So. Riften. Ich hab keine Ahnung, ob wir... Was uns da erwartet, meine ich. Keine Ahnung, wo wir sind. Natürlich weiß ich, wo wir sind. Wo wir hingehen. Ähm. Aber ich hab keine Ahnung, was uns da erwartet. Vielleicht erwartet uns noch ein Drache. Oder wieder nur ein Ogre, der uns mit einem Schlag 50 Kilometer in die Luft katapultiert. Wer weiß, wer weiß. Was ist eigentlich das für ein Zeichen? Sehe ich das auch auf der Karte? Ne. Ich lauf mal eben... Weiß das? Da ist ein Drache. Ah. Drecksratte, ey. Ach, da ist ein Lager. Okay. Ich hoffe, die sind mir nicht feindlich gesonnen. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Wenn ihr meint... Ah. Keisterliches Militärlager entdeckt. Ich habe mich gemeldet, weil ich einfach nicht mit ansehen konnte, wie die Sturmhändel... Ich glaube, da oben ist ein Drache. Aber die meisten in meiner Familie sind mit meiner Wahl nicht glücklich. Äh. Bist du? Oh ja. Oh ja. Oh. Ach. Das ist bloß ein... dämlicher Bandit. Dämlicher Bandit. Okay. Trotzdem sehe ich auf der Karte einen Drachenkopf. Wir speichern nur schnell. Zwischen. Okay. Okay. Oh Gott. Heidewitzka. Irgendwie mag ich Bären nicht. So. Und ich möchte da hoch. Und wehe, das geht nicht. Doch. Komischerweise ist da, wo ich hin will und der Drachenkopf an derselben Stelle. Was mich ja schon wieder drauf schließen lässt, dass wir gleich nochmal einem Drachen gegenüberstehen. Okay, nochmal ganz kurz Pause. So. Ich glaube, wenn ich nicht jedes Mal sagen würde, dass ich jetzt kurz Pause mache, würde es wahrscheinlich gar nicht so auffallen, dass ich immer Pause mache, immer unterbrochen werde zwischendurch. So Leute, jetzt mal hier Butter bei die Fische. Da war doch gerade ein Drachenkopf. Ah. Uah. Shit. Wo ist der? Äh. Verdammt nochmal. Da. Au. Shit, 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 shit. Ah. Okay. Ah. Noch ein Wort, der Macht. Das holen wir uns gleich. Shit. Wo ist der Drache hin? Da ist er. Ja, wenn der da oben umguckt. Oh, geschöpft heil. Ah. Okay, Moment. Ich hole mir jetzt einfach das Wort der Macht schnell. Wort der Macht her. Töten, Todeszeichen. Findet ihr Energiequelle in... Achso, das ist die... Ah. Das ist die Quelle. Aber ich will den Drachen töten. Drache? Hallo? Der verliert Energie. Finde ich zwar gut. Aber wieso kommt der nicht runter? Drache? Hä? Hallo? Ah. Irgendwas mache ich doch falsch. Jetzt ist er gleich tot und ich bin nicht da, wo ich hin muss. Verdammt nochmal. Hä? Nee. Nee, er ist nur auf der Karte. Oder auch nicht. Verdammt, wo ist der Drache hin? Vielleicht sollte ich dem Weg mal folgen einfach. Das machen wir jetzt mal schnell. Achtung. Ja, vielleicht geht es da ja hoch. Und wir rüsten nochmal unseren Kriegshammer aus. Das sind bestimmt irgendwelche Leute, die den gekillt haben. Für mich. Hier ist auch... eine Hütte. Fokis, jawohl. Wo ist mein Drache? Ich will die Drachenseele, verdammt. Ah, da ist der Drache. Nee. Da liegt der Drache. Oh. Öffne das Fähigkeiten, um meine Stufe aufzusteigen. Okay, dann machen wir auch gleich. Bin ich wieder Stufe aufgestiegen, hab's noch nicht mehr mitbekommen. Ha, 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 ha. Gib mir deine Seele. Ha, 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 ha. Du Drachenseele aufgenommen. Okay, jetzt muss ich leider nur alles wegschmeißen. Was ich tatsächlich nicht brauche. Wie das hier. Das. Okay, das nervt mich jetzt schon wieder. Was kann ich denn? Das kann weg. Ah, ha, 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 ha. Ach, Gott. Moment, das haben wir gleich. Wir machen es erst mal so. So. Und werden Ähm Schwere Rüstung Hat Äh Moment, so Wenn du ausschließlich rüstst, heißt Okay Kann ich eh noch nicht auswählen Äh Ja Wir nehmen einfach mal das hier Immer noch zu viel Ich habe viel zu viel Bücher dabei Aber B2 nur 1 Aber Etwas weniger Ist immer gut Okay. Das hat halt kein Gewicht. Das Problem ist meine Bekleidung. Ne? Hier, das kann man so schön wegwerfen. Oh Leute, das gibt's doch nicht. Ich muss jetzt tatsächlich meine Knochen wegwerfen. Scheißdreck, ey. Shit, 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 shit. Haha. Okay. Und ich sehe auf der Map schon wieder... Ne, das haben wir abgeschlossen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder... Moment. Moment. Hahaha. Jetzt ist die Frage, wo gehen wir hin? Wir machen jetzt einfach mal... Achso, nee. Das hier war's doch, ne? Genau. Da will ich hin. Wir reisen aber mal... ...schnell da hin. Denn dann ist der Weg näher. Bevor wir jetzt alles wieder zurücklaufen. Was? So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben... Oh, wir haben 5000 Gold. Wir könnten uns auch... ...ein Haus kaufen dann. Als nächstes. Was wir auch tun werden. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir gehen jetzt da hin. Nach Windhelm. So. Und reden einfach mal mit dem Fuzzi. Und dann reisen wir aber wirklich nochmal zurück... ...und gucken, ob wir uns ein Haus kaufen können. Da hätte ich ja Lust drauf. So, mein Freund. Wichtige Lieferungen zu erledigen. Keine Zeit für Geplauder. Alles klar. Und tschüss. Okay. Ähm... Ja, das mit dem Drachen verstehe ich wirklich nicht. Denn es waren keine anderen Leute da. Das heißt ja, theoretisch habe ich ihn gekämpft. Indem ich einen Pfeil auf ihn geschossen habe. Und wahrscheinlich richtig getroffen habe. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass alle Drachenkämpfe so einfach sind. Einen Pfeil drauf warten, bis er... Ah, nein. Nicht knacken. Knacken. Und run. Ähm, ja. Okay, hier gibt es glaube ich nichts von... ...großer Bedeutung für mich. Nein. Nicht immer gleich mit der Waffe... ...äh... ...losziehen hier. Ach Gott, das war... ...abgeschieden. Das war scheiße. Verlassen. Alles leer. Ah, da liegt Geld auf den Tisch. Okay, aber nichts, was mich interessieren würde. Dann können wir ja doch mal probieren, in einem anderen Haus einzusteigen. Da kommt zwar Rauch raus. Weswegen ich jetzt mal schnell speichere. Oh, da ist tatsächlich jemand drin. Ich hoffe, die ist mir nicht böse. Ihr habt hier nichts verloren. Kann eine Frau nicht einmal einen Moment für sich haben? Lasst mich in Ruhe. Ich werde euch nicht noch einmal warnen. Okay. Verschwinden. Ich dachte ja nur, Entschuldigung. Okay, dann gucken wir, dass wir da jetzt hochkommen. Und folgen mal wieder der Straße. Das Symbol kenne ich nämlich auch noch nicht auf der Karte. Ich lasse mich immer so leicht ablenken. Oh, Symbol kenne ich noch nicht. Wir wissen was. Und verliere mein eigentliches Ziel komplett aus den Augen. Für den Moment zumindest. Was ist das? Bäume, die zur Seite gebogen sind. Müssten eigentlich ja gleich da sein. Tümpel entdeckt. Ah. Drecks-Krabbe. Shit, 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 shit. Komm, Krabbe. Alter. Scheiß Schlammkrabben, ey. Jetzt. Jetzt kommst du wieder. Mann, Mann, Mann. Nein. Na? So. Kriegshammer. Wunderbar. Da ist was. Da könnten wir mal... Jetzt ist aber mein Symbol weg, ne? Ne, da ist es. Was ist denn das? Achso, das ist einfach bloß... Nein, nein, nein. Okay, das ist einfach nur... Nee, da ist einfach nur... Vielen Dank.